Hallo Freunde der gepflegten Unterhaltung, ich bin's wieder, eins vorweg, ich sehe diesen Kanal als Kultur-Comedy-Blödel-Aufmunterungskanal gegen die böse Zeit, was heißt, böse gegen die Zeit, die so ist, wie sie eben ist hier, ja und folgendes, da ich ja nun, ich weiß nicht, ob das Verschwurbelung ist, Audio- und Videokünstler bin, denke ich mal so, da habe ich mir mal ein kleines Filmchen mitgebracht und wir gucken uns den jetzt mal gemeinsam an, bitte. Mein Name ist ... Norbert, ich bin ... äh, Audi-Dekotischer Toningenieur, äh, ich hab mir noch selber eingegangen, seht her, liebe Leute. Mein Name ist ... ich, ähm ... ach, jetzt kommt die Bahn, jetzt kann ich zeigen, hier, Resonanz, hier ist ein Haus, da ist ein Haus, und da kommen wir so richtig ... rum, Karele! Und das hört man auch, da kommen die Bahn, ich muss Schluss machen, auf Wiedersehen. Ach, jetzt ist er wieder zu Ende, so schnell geht das. Äh, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder zuschaut, wenn ich, äh, äh, ein Video hochpuste. Und schreibt es mir in die Kommentare, wie ihr das so findet, nicht wahr? Äh, äh, ich weiß ja, wie es ist, gell, ich weiß das ja, ja, ne. Na ja, na ja, gut. Ja, und noch etwas, vielleicht soll ich mich mal aktiv bewerben, so richtig, aber dann muss ich dann aus der Komfortzone hier an diesem schönen Studium raus und so, wenn ich was kriege, irgendwo anders kriege sollte. Äh, und, ja, alles gut. Dann erst mal schönen Abend noch und bleib gesund und, äh, ja, bis bald. Und, ja, alles gut.